So, 3... Jo, läuft! 3... 3... Das kann man nochmal nehmen! Ich filme schön! Wie schmeckt's? Geil! Wir brauchen noch 2 Torten! Oh, hier hat noch jemand eine Torte! Warum haben die, die ansonsten aussehen, noch Torten? Hau rein! Da ist noch ein Pfeffer drumherum! Ist das schlimm? Lass die Brille ab! Jawoll! Jawoll! Was soll ich? Ich hab noch nie gesehen! Schön! Tina, wie warst du dich? Schön! Ich muss hier mal weg! Hm! Na toll! Komm ran, ich bin bereit! Ins Gesicht, Lara! Komm her! Ich darf mal lager! Warte mal Foto! Warte hier! Komm, komm! Nööööööööööööööh! Komm, komm die geht! Das ist nicht ich! Was soll ich machen? Oh oh, ich ahne, ich ahne es rum. Ja, man schön! Anja? Lecker! Christoph steht immer noch mit heute da! Wir haben auch einen Halbzückel! Ja! Ich kann auch noch mal nehmen! Wer will! Ich auch nicht! Flatschi! Komm noch mal aus! Ich habe die Tustallergie! So! Schwester Herrhardt! Ich habe gerade tot, Alter! Warte! Das kann ich nicht wie, ey! Aber es wäre geil! Lass die Mutti in Ruhe! Ich lasse dem noch ganz in den Augen auf, nicht schon wieder in der Nase! So! Mehr Power! Ja, ja, ja! Mach mal erst mal mit dir! So, bereit! Volle Dröhnung! Eins, zwei, drei! Ein, zwei, drei! Boah! Jawoll! Okay! Wie war's? Wirst du abschleckern? Ja! 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 Ein Schluck! Einen Schluck? Sandra, jetzt so ganz frisch nach der Schlacht, wie war's denn? Geil! Ohne Zeug dieser Rasse... Uff, diese Riesenkossen, das war echt die richtige Wucht. Die Brille, ich hab ja so eine schwarze Sonnenbrille, die ist zerschlagen durch die Wucht des Aufpralls. Und ich habe nichts gesehen, ich hab auch nicht... Die sehen die ja alle angesprochen, weil ich hab ja Tortenschlacht, aber ich hab nicht gesehen. Es wird erst mal so Scheiben beschrieben. Ja, das war sehr schön. Bist du jetzt glücklich, dass wir das für dich gemacht haben? Ja, ich kann euch jetzt sagen, wir haben Tortenschlacht unser Leben gemacht und das können nicht sehr viele Leute sagen. Sehr geil. Das heißt, cool. Und das kommt alles zu Youtube? Ja, eigentlich geht's gut. Der hat vielleicht getreten. Vergiss die Beine nicht, Sandra. Das war's. Kommentare sehr gern erwünscht. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut! Ja, ganz negrinzelt drauf. 很 knapp, sondern nicht puft.